Ok, jetzt sind wir quasi einmal außen rumgelaufen. Da ist es wirklich nur die Bergspitze mit Schnee. Und da gibt es safe eine Ancient City drunter. Oh, geile Ruhe. Direkt drei Stück. Da mache ich mir lieber ein schwarzes Bett. Das ist ja ganz klar schwarz einfach das beste. Oh nö. Das ist ein bisschen mehr Schnee wie nur die Allspitze. Ich habe heute keine Schaufel. Da bin ich da eingegrabt, da bin ich jetzt eingegrabt. Moin. 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 Können sie eventuell mein Freund sein? Yeah. Somebody. Endlich nicht mehr alleine. Er muss ja irgendwo drauf in der Nähe sein. Gibt es ja gar nicht, alter. Ja. Na, wie lange genug dauert. Ein Dorf mit zwei Kirchen und zwei Häusern. Also wenn da jetzt nicht ein bisschen noch was kommt, dann ist das glaube ich eins der kleinsten dafür, was ich gefuckten habe. Überhaupt. Okay. Da ist er. Vier. Ja, okay. Ein bisschen lassen sie schon. Ja, dann geht noch weiter. Da oben auch. Ui. 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 Das ihr die noch nicht abgebaut habt. Ehh. Muss ein Deutscher gewesen sein, der hat hier Gras angepflanzt. Moin. Da noch ne Kiste. Noch ein bisschen Brot. Ja. Ich hab die Dinger eingesammelt. Einfach die Kartoffeln lecker. Dann checken wir das doch gleich ab. Tja, ich weiß gar nicht genau für was, aber den haben wir auch mal mit her. Und rum. Kiste noch. Okay, ist nur Regen. Kein Gewitter. Oder kann ich den wegschlafen? Bruder, bist du dunkel geworden. Alles gut? Ciao. Ciao. Ne, scheint kein Gewitter zu sein. Dann düsen wir rein da in die Ancient City. Oh, geil, Alter. Den Cherrybaum. Oh, zwei gleich. Schick. Könnten die auch stehen lassen, bis wir... Ja. Ich verlabere hier irgendwo links. Warum hab ich mir eigentlich keine Schaufel gemacht? Warum? Okay. Das war nicht so gewollt. Ähm. Sorry Bray, eigentlich hab ich das Wasser für dich platziert, dass du schon schaden kriegst, aber... Der Hund ist halt ehrlich blöd, ne? Ich sag's doch. Digga, ich hab einfach vergessen, mir auch ein Schwer zu machen. Ich sag's doch. Also hier gibt's... Infinity Buch? Strong. Rot, nehmen wir mit natürlich. Deathrider. Weiß nicht, was das ist, was das macht. Von der Kante wie runter rutscht einfach. Okay, pass auf. Ähm. Ich seh hier jetzt leider noch keine Dias. Vielleicht nicht hier. Oh no. Oh, 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 oh. Pssch. Ach doch. Okay, ich brauch nur zwei. Ja, hör das Blinken auf. Ich weiß, ich weiß. Es war Warnung Nummer eins. Warnung zwei. Okay. Dann ihn hier noch. Also der Gameplan ist eigentlich die ganzen Spawner nach und nach abzubauen. Wär leichter gewesen. Wär leichter gewesen. Hätte ich jetzt nicht schon die zwei Warnschüsse kassiert. Weil beim dritten taucht er dann halt auf. Warnung. So, Matthias. Chillig. Okay, ich seh jetzt hier kein Spawner. Was heißt, ich kann die eigentlich so einfacher bauen. Wum, wum, wum. Drüben stehen noch drei Stück. Gehen wir hier einfach mal weiter runter, ja. Achso. Viel tiefer geht nicht. Also muss hier irgendwo ein Ancient City sein oder es ist wirklich nix. Aber nichts kann ich mir eigentlich echt schlecht vorstellen. Achso, hier gibt es doch die drei. Ähm. Fork. Warte. Eins. Zwei. Zwei. Tupu. Warte mal, jetzt kann ich eigentlich noch nicht spawner, ne? Kann ihn einfach abchalen. ich bin nicht zufällig auf bis ich weiß noch die gibt es so unglaublich aus dem augenwinkel gesehen alter holy shit da muss auch einer ne ok is it going los kein geräusch oh fuck bruder der nächste spawner jo so meine kacke was geht denn ab junge, 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 junge ich sollte die auch eigentlich alle nicht abbauen mit der die so viel gefreut und tschüss das wäre eh wieder nur bait da unten oh oh das war dicker bait könnte mich auch hochbauen so 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 Hilfe, Alter. Hilfe. Aber auf die Entfernung riecht er mich nicht, oder? Bin ich noch zu nahe neben dran, oder warum haut er nicht ab? Hier ging es, glaube ich, runter. Oh, 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 oh. So, ich müsste jetzt dann eigentlich auch weit genug weg sein. Äh, genau. Oh, nee. Okay. Eine Potato nehme ich. Oh. 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 Vielen Dank.